Und der Dank geht auch schon mal vorab an Sie hier im Saal, denn ich bin sicher, Sie werden die Arbeit des Big Brother Awards gerne unterstützen. Die Arbeit beschränkt sich nicht nur auf die Jury und die Vorabrecherchen, habe ich mir sagen lassen, die werden immer umfangreicher im Laufe der Jahre. Die finanziellen Möglichkeiten aber leider nicht. Es sei denn, Sie öffnen jetzt Ihr Portemonnaie. Die Mitarbeiter von Digital Courage würden jetzt durch die Reihen gehen und Ihnen die Möglichkeit geben, den Big Brother Award mit einer Spende zu unterstützen. Ein paar Minuten Zeit dafür. Diese Zeit wird freundlicherweise musikalisch untermalt von Lemming. Ein Hinweis an die Zuschauer im Internet-Stream. Spenden geht auch online auf der Seite von digitalcourage.de slash spende. Ich glaube so, aber findet ihr, findet ihr. Und Digital Courage freut sich auch immer über Fördermitglieder. Es sind erstaunlicherweise, nicht erstaunlicherweise, es sind erfreulicherweise einige mehr jetzt in den letzten Monaten geworden. Aber da gibt es keinen Aufnahmestopp. Nein. Lemminge, die Körbe mit den Mitarbeitern, Ihr Geld, das gibt eine wunderbare Symbiose. Bis gleich. Applaus Musik 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 Ismael Özkan Türk und Henning Reis.